Was können wir tun, wenn wir so einen ekligen Schlag haben, mit ganz viel Wasser auf der rechten Seite des Fairways? Was können wir tun, dass wir in so einer Situation den Rechtsball vermeiden können? Achten Sie als erstes auf Ihre Schulter. Die Schulter möchten wir gerade haben, parallel zur Fußlinie und zur Hüftlinie. Und dann sehr wichtig, der Griff. Bei der linken Hand können wir den Griff stärken, indem wir den Schläger mehr in den Fingern der linken Hand greifen. Bei der rechten Hand greifen Sie lieber von der Seite und nicht von oben. Jetzt reden wir über die Ballposition. Wenn der Ball zu weit links liegt, hat man automatisch offene Schulter und man schwingt nach links und schneidet den Ball. Der Ball muss gegenüber der linken Ferse liegen und nicht weiter links. Der nächste Punkt ist sehr wichtig. Man sleißt und das Wasser ist rechts. Man möchte unbedingt sich mehr nach links ausrichten, um das zu vermeiden. Aber das macht die Sache schlimmer. Man schneidet den Ball so noch mehr an und die Rechtskurve kommt. So, Sie dürfen sich leicht nach links ausrichten, aber nicht viel. Die Schulter dabei gerade, damit man die Füßlinie entlang schwingt und den Ball nicht anschneidet. Jetzt geht es um den Schwung. Man hat viel bessere Chancen, den Schläger zu schließen und gerade zu bekommen, wenn man mehr um den Körper schwingt. Also die Schulter flache drehen um die Wirbelsäule. Kippen möchten wir nicht. Da bleibt das Blatt auf und der Bass bleibt sicher. So, etwas mehr um den Körper schwingen und Sie werden automatisch besser releasen, aber natürlich nicht zu flach schwingen. Beim letzten und wichtigsten Punkt müssen Sie sich trauen. Man möchte so gerne nach links schwingen, aber man muss zum Ziel, also mehr nach rechts durchschwingen. Das ist sehr entscheidend. Nur so wird der Drall nach rechts verschwingen. Okay, ich werde jetzt einen Ball schlagen und wir werden durch die Punkte gemeinsam gehen. Denken Sie an die Schulter gerade. Den Griff zu stärken ist eine super Methode, nicht nach rechts zu schlagen. Die Ballposition gegenüber der linken Ferse. Die Ausrichtung, da müssen Sie sich trauen, nicht so weit nach links. Beim Ausholen drehen Sie die Schulter eher flacher, damit Sie releasen können. Und dann beim Abschwingen zum Ziel, mehr nach rechts durchschwingen. Der Ball wird auf diese Art und Weise gerade fliegen und nicht nach rechts. So, ich danke Ihnen für das Zuschauen. Nächstes Mal, wenn Sie so eine Situation haben, denken Sie an dieses Video. Seien Sie positiv und Sie werden es schaffen. Bitte, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und teilen Sie an Ihre Freunde. Das hilft diesem Kanal sehr.